Zum ersten Mal seit 2003 redete auch wieder ein deutscher Bundeskanzler auf einer Gewerkschaftsveranstaltung am Tag der Arbeit. Bei einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Düsseldorf sprach Olaf Scholz auch über den Krieg gegen die Ukraine und versprach dem Land die Solidarität Deutschlands. Und Solidarität ist, seitdem es diesen Tag der Arbeit gibt, seitdem der 1. Mai eine Zusammenkunft der Gewerkschaften und der Arbeit der Bewegung ist, ist es ein Tag auch der internationalen Solidarität. Denn das wissen wir, das wissen wir nur, wenn wir in der Welt zusammenhalten, nur wenn wir gemeinsam kämpfen für Demokratie und Freiheit und den Frieden, nur dann werden wir in dieser Welt erfolgreich und gut zusammenleben können. Und darum ist es heute und darum ist es auch hier ganz klar, wir, die Menschen, die sich für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die Demokratie einsetzen, wir sind solidarisch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Ukraine, die ihr eigenes Land verteidigen. Sie sind angegriffen von einem großen Nachbarn, ein Land, das das andere überfällt. Russland hat in der Ukraine nichts zu suchen. Ich fordere den russischen Präsidenten auf, lassen Sie die Waffen schweigen, ziehen Sie Ihre Truppen zurück, respektieren Sie die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine. Frieden, 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 Frieden! Und das wissen wir auch, dass es in dieser Situation immer darauf ankommt, dass wir alles dafür tun, dass die Prinzipien des Friedens und des Rechts, für die wir uns in Europa so sehr eingesetzt haben, auch weiter gelten. Es kann nicht angehen, dass da einige daherkommen, sich die Geschichtsbücher angucken und schauen, wo früher Grenzen waren und dann mit militärischer Gewalt versuchen, Grenzen zu verschieben. Das ist Imperialismus, das wollen wir in Europa nicht haben. Und aus diesem Grunde, aus diesem Grunde ist es auch ganz klar, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden, wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferung, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Und auch das will ich sagen, ich respektiere jeden Pazifismus, ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Und deshalb werden wir zusammen mit unseren Verbündeten diesen Weg auch weitergehen, der Ukraine helfen und dafür zu sorgen, dass es wieder so geht, wie es gehen muss, dass man miteinander achtet, dass die Grenzen nicht verletzt werden, dass jedes Land seine eigene Entwicklung bestimmen kann. Und ich sage ganz klar, wir werden nicht zulassen, dass hier mit Gewalt Grenzen verschoben und ein Territorium erobert wird. Ja, der sonst so ruhige Kanzler deutlich kämpferisch. Robert Widerwald ist für uns in Düsseldorf. Olaf Scholz, wir haben es eben gerade gehört, hatte ja einige Mühe, sich in diesem Protestgeschrei Gehör zu verschaffen. Sie haben die Rede verfolgt. Beschreiben Sie doch mal, was war da los, wie war die Stimmung? Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen noch hinter mir sehen und jetzt wahrscheinlich auch wieder hören. Wir haben halt einige Menschen, die mit der Politik der Bundesregierung nicht so einverstanden sind. Leute, die halt vor allem sich als Impfgegner sehen, sogenannte Querdenker, Menschen, die aber auch mit der Russland-Politik oder Ukraine-Politik der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Wir haben diese Veranstaltung doch sehr deutlich gekapert. Man sieht es auch jetzt noch im Hintergrund. Der Kanzler ist zwar weg, die Protestierenden sind noch da. Jetzt sind wir halt deren Ziel und die haben halt hier sehr lautstark versucht, die Veranstaltung zu stören. Olaf Scholz hat auf seine Art und Weise geantwortet und war alles andere als der ruhige und etwas langweilige Scholz-O-Mat, wie man immer früher kannte. Scholz hat auch versucht, mit Lautstärke und Argumenten dagegen zu halten. Hat seine Russland-Politik oder seine Ukraine-Politik noch mal verteidigt, hat gesagt, dass es zynisch sei, wenn man als Pazifist in Deutschland sich hinsetzen würde, um dann der Ukraine zu sagen, jetzt gebt doch einfach mal auf, damit wir Frieden in der Welt haben. Das waren also schon ziemlich deutliche Worte. Und er hat auch noch mal verteidigt, dass es Waffenlieferung an die Ukraine geben würde. Das würde man gemeinsam mit den internationalen Partnern machen. Und er hat auch noch mal daran erinnert, was der 1. Mai eigentlich für ein Tag ist, nämlich ein Tag der Solidarität. Und heute meint derseits vor allem ein Tag der internationalen Solidarität, nämlich mit der Ukraine. Robert, in der Hoffnung, dass Sie uns noch hören, hat denn Olaf Scholz nach der scharfen Kritik der letzten Wochen sich auch zu seiner Politik geäußert, die ja immer wieder scharf angegangen wurde? Hat er dazu Stellung genommen? Er hat jetzt in dem Sinne nicht auf seine Kritiker reagiert, sondern er hat einfach vor allem darauf reagiert, was ihm jetzt heute hier auf der Veranstaltung entgegengeworfen wurde. Man kann ja wahrscheinlich hören, was die Leute so brüllen. Da sind die Worte wie Kriegstreiber oder das normale Hau ab. Darauf hat er reagiert. Aber er hat nicht explizit noch mal dazu Stellung bezogen, dass er zum Beispiel noch nicht in Kiew war oder dass andere Leute jetzt nach Kiew fahren. Sondern er hatte im Großen und Allgemeinen seine Politik noch mal verteidigt und vor allem verteidigt, dass es mehrere Waffenlieferungen an die Ukraine geben würde. Das ist, wie es dazu gekommen ist. Dazu hat er heute kein Wort. Nun hat ihm ja zuletzt gerade Friedrich Merz Zögerlichkeit, Ängstlichkeit vorgeworfen und diesen Kurs auch kritisiert. Heute haben wir Olaf Scholz nun ganz anders erlebt, sehr, sehr kämpferisch. War das ein anderer Olaf Scholz, als wir ihn kannten? Wie schätzen Sie das ein? Das war, sagen wir mal, ein Olaf Scholz, der auf solche Gelegenheiten durchaus reagieren kann. Das haben wir in der Vergangenheit, gerade auch im Wahlkampf, ja schon öfters erlebt. Und man muss leider sagen, solche Situationen, wie wir sie heute hier erleben, also solche Menschen, die sich hinstellen und anderen versuchen, das überhaupt abzuschneiden, weil sie glauben, das sei Demokratie. Solche Situationen erleben wir derzeit hier im Wahlkampf ja sehr, sehr viele. Das erlebt ja nicht nur hier der DGB heute oder der Bundeskanzler, sondern das erleben auch die wahlkämpfenden Parteien im Landtagswahlkampf Nordrhein-Westfalen. Ich schätze, in Schleswig-Holstein wird es nicht anders sein. Und da hat Olaf Scholz in dem Sinne eigentlich so drauf reagiert, wie ich finde, man das auch machen muss, dagegen anreden und trotzdem weiterhin ein Dialogangebot zu setzen. Denn auch, wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, wie man hier gerade sieht, denn ich glaube, Dialog ist nicht unbedingt das, was diese Leute gerade sagen, auch wenn bei ihnen draufsteht, demokratischer Widerstand. Aber es gehört einfach mit dazu, dass jeder in diesem Land sagen kann, dass er will. Manchmal ist es halt ein bisschen lauter. Nun ist es ja in diesem Jahr eine ganz besondere Situation. Die Ukraine ist das bestimmende Thema. Aber traditionell geht es natürlich bei den Kundgebungen am 1. Mai auch um Löhne, um Mindestlohn, um Mieten und so weiter. Waren denn solche Themen auch mit Teil der Rede des Bundeskanzlers? Ja, da war der Bundeskanzler sehr bei sich. Er war in dem Sinne sehr stoisch. Er hat das Thema Ukraine irgendwann abgearbeitet. Und dann war es dann so, dass er bei den klassischen Gewerkschaftsthemen angekommen war. Da hat er ja durchaus auch einiges im Gepäck. Denn die Bundesregierung möchte ja jetzt schon bald den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro annehmen. Das ist natürlich ein Thema, das man auf so einer Veranstaltung gerne auch noch einmal setzt. Und dazu muss man auch sagen, Olaf Scholz ist ja der erste Bundeskanzler seit fast 19 Jahren, seit 2003, der auf einer Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes gesprochen hat. Natürlich hat er da auch noch mal hervorgehoben, was seine Bundesregierung denn alles für die Arbeitnehmer denn auch tun würde. Aber natürlich das alles überschattende Thema war dann doch eher die Ukraine. Ja, widrige Umstände da bei Ihnen in Düsseldorf. Ganz herzlichen Dank für diese Einordnung in Rupert Widerwald. Vielen Dank.